Hi, mein Name ist R.J.D.F.A.M. Ich bin Musikerin und komme aus Österreich. Leute, schönen Nachmittag wünsche ich euch allen zusammen. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz kurz melden. Und zwar, ich bin heute wieder einmal on the road sozusagen, auf Tour. Und zwar mit der Straßenmusik. Wie viele von euch wissen, mache ich seit längerem schon Straßenmusik in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Auf jeden Fall Leute, heute war ich in Italien und zwar in einer Stadt nahe der österreichischen Grenze, Sterzing und auf Italienisch Vipideno. In dieser Stadt habe ich eigentlich das Straßenmusik hier richtig angefangen. Ich war in den ersten Jahren sehr sehr viel dort und ich bezeichne es schon als Italien, weil es eben ein Brenner anfängt. Auf jeden Fall Leute, ich bin jetzt gerade am Bahnhof. Wir haben es jetzt ungefähr 13 Uhr und es geht dann weiter in eine weitere Stadt, aber nicht in Italien, sondern in einen anderen Land. Auf jeden Fall Leute, ich habe noch Aufenthalt und melde mich vom Aufenthaltsort gerade kurz, um zu sagen, wie die Sache momentan ausschaut oder wie die Dinge ausschauen. Auf jeden Fall Leute, ich mache das on the road sein sehr gerne. Es ist oft sehr anstrengend, auch mit Stress verbunden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch privaten Verkehrsmitteln und dann natürlich dieses Reisen und diese verschiedenen Städte, die man eben bereisen muss aufgrund dieser Tätigkeit, anders geht das nicht. Auf jeden Fall Leute, ganz kurz nochmal, Vipideno Störzing ist eine Stadt, bei der ich wirklich sehr, sehr viel war, Frühling, Sommer, Herbst und Winter in den ersten Jahren. Angefangen habe ich eigentlich Straßenmusik in Norwegen, in Dansberg, ganz anfänglich. Und zwar, ich werde nochmal genau darauf eingehen und erklären, wie mein Weg entstanden ist. Auf jeden Fall Leute, es ist heute gut gegangen und ich bin mir sicher, dass es in der zweiten Stadt auch gut geht und es ist halt brutal heiß und sehr sonnig heute. Auf jeden Fall Leute, ich isse gerade einen Apfel und habe mich frisiert und gewaschen nach dem ganzen anstrengenden Tag bis jetzt. Ich bin sehr früh aufgestanden. Auf jeden Fall Leute, das wollte ich ganz kurz sagen. Und noch was, ich habe momentan einige, ein paar Covers, also Reaktionsvideos und auch ein Cover zu dem Song Beautiful Madness von Michael Patrick Kelly. Ich werde den Song auch verlinken. Mein Cover und auch das offizielle Video. Wer reinschauen möchte, sehr gerne. Es werden weitere Videos kommen. Und Leute, wie gesagt, ich bin wieder fest in der Arbeit drin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe einen schönen Sonntag, trotz allem. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ich bin wieder auf jeden Fall. Ich bin wieder auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020